Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hierzu einer weiteren Ausgabe der Mods der Woche, Woche 4. Die Woche ist mir ein bisschen schwerer gefallen. Ich habe die Woche relativ wenig Zeit gehabt, um mir die Mods wirklich genau anzuschauen. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass sich diese Mods für den einen mehr und für den anderen weniger lohnen. Beginnen tun wir heute mal auf ModHub. Aber ModHub sind diese Woche gekommen die Mähwerke, Front und Heck Mähwerk, Lamborghini Mach 230 VRT und der Fendt 900er Black Beauty. Unter anderem aber auch dieser Brochard EV 2200, der wirklich sage und schreibe riesig ist. Also das ist phänomenal mit 70.000 Liter Kapazität und sogar 15 Meter Arbeitsbreite kann man hier perfekt Mist verteilen. Was mir auch ganz gut gefallen hat oder eben gefällt, ist der Glas Lexion 780er Impact. Und zwar gibt es hier einige schöne Features, die hier wunderschön zusammengefasst sind. Im Pack enthalten natürlich der Drescher, der 780er, Glas Vario 1200 und der Schneidwerkswagen. Weiter mit einem alten Bekannten, mehr oder weniger, selber aber auch noch nicht getestet hier, Vehicle Inspector macht was wir kennen von vorigen Versionen vom Happy Loser hochgeladen. Und zwar steht hier, was gerade so quasi mit den Geräten passiert, was die Helfer machen und so weiter und so fort. Wer es braucht, wird hier sicherlich ganz mit einem klaren Programm belohnt, in dem er seine Fahrzeuge überwachen kann. Das ist natürlich möglich, es steht auch hier geschrieben, dass noch nicht alles funktioniert, weil, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist das Script-Doku noch nicht heraußen gewesen. Wie immer, zu guter Letzt gibt es eine alte, bekannte, die Pettingen-Map mit einer neuen Version. Die Version 1.0.3 ist erschienen und hier wurde ein bisschen was geändert, ein bisschen was gefixt und ein bisschen was fehlt leider noch. Beziehungsweise die BGA sollte jetzt auch funktionieren. Genau, das war in der ersten Version das Problem und die sollte jetzt mittlerweile auch funktionieren. Es gibt noch ein paar weitere Mods, die ich persönlich jetzt nicht so krass finde, aber wer es braucht, hier so ein Helfer-Tool, kann man sich sicherlich mal auch schon, dieser Farming-Launcher, was immer das sein soll. Es gibt da schon ein paar Osteuropäische Karten, die man sicherlich auch findet hier auf Mod-Auster oder auf Verbinden-Mods, wie immer. Ansonsten gibt es leider diese Woche wenig zu sagen, deswegen freue ich mich auf nächste Woche, vielleicht gibt es da wieder mehr. Bis dann, tschüss!